Kommen wir zu unserer zweiten Komponente, der rote Beete als Salat. Dazu nehmen wir erstmal die rote Beete und kochen die in heißem Wasser. Je nachdem wie dick die rote Beete ist, dauert es so 20 Minuten. Einfach dann mit einem kleinen Messer einstechen und wenn sie gut vom Messer wieder runter geht, dann ist sie weich und dann können wir sie auch weiter verarbeiten. So, dann haben wir jetzt die rote Beete gekocht und auch schon geschält. So, dann machen wir die hier in grobere Würfelchen. So, dann fügen wir noch ein paar Zwiebelwürfelchen dazu. Da habe ich mir jetzt die weiße genommen, damit wir ein klein wenig Farbspiel in dem Salat drin haben. Die färbt zwar dann noch rot nach, aber die rote Zwiebel hat ja an sich schon die Farbe von einer roten Beeteknolle. Das Ganze schmecken wir dann mit Salz, Pfeffer, Zucker und Essig ab. Das lassen wir durchziehen und dann ist das auch schon unser Teil 2. So, kommen wir zur Komponente 3. Das wird unser Matthies Häckerle. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de